Manchmal, Leute, wünsche ich mir, dass Harry Potter ein bisschen mehr wie Herr der Ringe wäre. Wow, das ist eine strange Aussage. Erfahrt gleich mehr darüber nach dem Intro. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim, ich lade hier alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Was mich halt so interessiert, klickt gerne auf Abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn euch das interessiert. Ja, liebe Leute, ich habe tatsächlich letztens erst im Kino wieder die kompletten Herr der Ringe-Filme gesehen. Und ich muss dazu sagen, dass ich mich mit den Büchern bis heute nicht wirklich anfreunden konnte. Und jetzt habe ich die Filme nochmal im Kino gesehen, im Extended Cut, also vier Stunden pro Film. Jesus Christ, ich hatte richtig Angst davor, dass das einfach langweilig wird. Und Jesus Christ war es nicht langweilig. Damn it, war das geil. Diese Filme auf der großen Leinwand zu sehen, war ein absolutes Vergnügen einfach nur. Und ich muss auch sagen, dass ich die Filme nicht wegen der Welt, wegen der Mythologie so cool finde. Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich auch die Bücher mehr feiern. Ich mag die Filme, weil Peter Jackson einfach ein richtiger Momente-Genießer ist. Also jeder, der die Filme kennt, vor allem den Extended Cut, weiß, was ich meine. Das ist ja so krass. Wenn er das Gefühl hat, dass jetzt wirklich irgendwie eine Situation, ein Moment, ein Gefühl, ein Innenleben von irgendeinem Charakter wirklich wichtig ist, dann scheißt er darauf, dass dieser Film ja am besten nur zwei Stunden geht oder zweieinhalb. Dann scheißt drauf. Dann wird der Film halt länger so. Dann hält er halt mal eine Minute lang nur auf einen Gesichtsausdruck drauf, weil es einfach wichtig ist, diesen Gesichtsausdruck so lange zu sehen. Stichwort Faramir. Jesus, das ist ja, also es ist wirklich richtig künstlerisch, diese Filme. Ich liebe das, dass dieses Ende vom dritten Film auch so ultra lang ist. Dass das so richtig schön in die Länge gezogen ist. Ich liebe so Momente, die schon zu Memes geworden sind, weil sie irgendwie auch ein bisschen awkward sind. Wie Gandalf bei Frodo am Bett, wo sie dann einfach gefühlt eine Minute lang einfach nur lachen. Ich liebe solche Momente. Ich liebe das, wenn eine Minute lang auf Faramirs Gesicht gehalten wird, um einfach zu zeigen, wie absolut fucking scheiße das für ihn ist, dass sein Vater seinen Bruder fortzieht und straight raus sagt so, ja, ich wünschte, du wärst tot. Und nicht Boromir. Alter, sowas ist geil, sowas liebe ich. Sowas hebt einfach noch so viel mehr die Figuren hervor. Und das Leben und die Menschheit, das Menschsein, das ist so gut. Und ja, das ist so viel zu Herr der Ringe. Und jetzt habe ich letztens auch nochmal im Kino den ersten Harry Potter Film gesehen. Und ich war hinterher zu dem Freund, mit dem ich da war. Das war auch der gleiche, der auch Herr der Ringe mitgeschaut hatte. Und ich sage hinterher zu dem so, das ist einfach so ein schöner Film. Es ist und bleibt einfach ein schöner Film. Und er war so, ja, ist schon ein schöner Film, aber der ist schon sehr durchgehetzt. Und ich will nicht sagen, dass er mir damit die Harry Potter Filme kaputt gemacht hat. Aber er hat einen validen Punkt genannt, den ich irgendwie schon immer so auch gefühlt habe, aber noch nie so bewusst mit irgendwas anderem verglichen habe. Wie zum Beispiel Herr der Ringe, der gar nicht gehetzt wirkt, weil er sich so viel Zeit nimmt, gerade eben im Extended Cut. Und Harry Potter hat einfach viel Handlung von den Büchern auch und presst die auf einen 2-Stunden- oder 2,5-Stunden-Film, was auch schon, glaube ich, für damalige Verhältnisse relativ lang war. Und sich halt nicht getraut hat, gerade vielleicht auch, weil es einfach ein Kinder- und Jugendfilm sein soll, sich halt nicht getraut hat, die Filme dann halt länger zu machen, als die Norm, das vielleicht verlangen würde, sozusagen. Und das ist schade. Das ist richtig schade. Ein paar von meinen Lieblingsmomenten aus dem Harry Potter Film, aus dem ersten, waren zum Beispiel, wo Harry in Hogwarts angekommen ist und dann auf dem Fenster Simms sitzt. Das Hedwig-Theme spielt da. Hedwig sitzt da auch und er streichelt so über ihren Kopf und er schaut so mit so einem leicht lächelnden Gesichtsausdruck nach draußen. Und man merkt einfach nur so, er genießt es gerade, dass er einfach zu Hause angekommen ist. Und es war so ein richtiger, es ist nicht wirklich viel passiert. Es war einfach nur, die Kamera fährt so langsam auf ihn zu. Diese Harry Potter Musik spielt so leise im Hintergrund und du merkst nur, Boy, der ist einfach gerade zu Hause angekommen. Das ist für ihn der Place to be. Das war ein schöner Moment. Oder auch die Spiegel-Nähe-Gap-Szenen war auch super schön und traurig auch irgendwie da, wie die Kamera auf ihn zufährt, ganz langsam. Und du siehst nur, wie er da sitzt und du merkst, Oh mein Gott, alles, was dieser Junge haben will, ist doch eigentlich nur eine Familie. Das ist alles, was er haben will. Und warum kann er das nicht haben? Meine Güte. Und solche Momente hätte es viel mehr gebraucht. Solche Momente kommen in den Büchern zuhauf vor. Also auch tatsächlich vielleicht mehr in den späteren. Aber solche Momente wurden halt im Film meistens weggelassen. Und auch die Momente, die im Film vorkamen, hätten ruhig auch länger sein können, meiner Meinung nach. Klar, ich weiß, das Ganze ist ein Kinderfilm so. Da ist das nun mal so. Und ja, auch die Schauspieler sind Kinderschauspieler. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den dieser Freund von mir, worauf der mich erstmal aufmerksam machen musste, so, dass er jetzt von der schauspielerischen Leistung von diesen Kindern quasi nicht so umgehauen ist. Wo ich sage, so krass. Also er hatte gemeint, er kann deswegen so Momente wie diese, die ich jetzt gerade beschrieben habe, gar nicht so sehr fühlen. Weil die Kinder diese Gesichtsausdrücke eben nicht so krass gut rüberbringen, wie zum Beispiel erwachsene Schauspieler in Herr der Ringe. Und natürlich ist das logisch so. Mir ging das gar nicht so. Ich habe diese Momente trotzdem voll genossen. Und da habe ich mich gefragt, ob das echt so ein bisschen daran liegt, dass ich die Bücher kenne. Und aus den Büchern diese Gefühle schon kennen, weil die da eben so gut beschrieben sind. Und da vielleicht auch einfach eine Nostalgie bei mir dabei ist. Und dieser Freund von mir, der kennt halt die Bücher nicht. Und vielleicht ist das das, was ihm fehlt. Aber dieser eine Punkt, den ich machen möchte, warum ich jetzt dieses Video auch mache, ist, dass ja jetzt eine Serie geplant ist. Ein Remake der Harry Potter-Filme. Und zwar als Serie. Das hat ja jeder mitgekriegt mittlerweile. Wie gut wäre das denn bitte, wenn man das Potenzial von einer Serie nutzen würde, dass man mehr Laufzeit hätte. Und zwar nicht dafür, um auf Krampf noch mehr Handlungen reinzuquetschen und reinzuballern. Weil du wirst sowieso nicht die kompletten Handlungen der kompletten Bücher da reinballern können. Das wirst du eh nicht erreichen. Und selbst wenn diese Serienverfilmung würde trotzdem niemals so gut werden wie die Bücher. Diese Illusion kann man sich vergessen. So, das ist was komplett anderes. Ein komplett anderes Medium. Aber dann lass uns doch stattdessen dieses Potenzial der längeren Laufzeit nutzen, um die Geschichte oder diese Verfilmung von den Filmen sozusagen so ein bisschen zu entzerren. Einfach mal sich mehr Zeit für Momente, Situationen, für Gefühle zu nehmen. Ich weiß nicht, ob man das eben hinkriegen kann mit so Kinderschauspielern. Ob man das eben schaffen kann, sich da das zu trauen, mal eine Minute lang auf ein Kindergesicht zu halten, weil eben Kinderschauspieler jetzt nicht diese krasse Tiefe im Gesichtsausdruck haben können wie erwachsene Schauspieler. Aber ich fände es so cool, wenn das einfach mal gemacht würde. Wenn man vielleicht die Situationen ein bisschen akkurater zeigen würde, akkurater wie sie im Buch sind, als es jetzt im Film eben in den Verfilmungen war, aber halt nicht unbedingt mehr Handlung reinbringt. Vielleicht ein paar mehr Szenen, vielleicht ein paar Charaktere besser darstellen, wie zum Beispiel Stichwort Genie so. Das wäre so cool. Aber es wäre eben auch cool, wenn man einfach mehr so diese Situationen, Momente genießen würde und sich dann das Ganze am Ende nicht mehr so ultra abgehetzt fühlen würde, wie es bei den Filmen spätestens ab Teil 4 war. Jesus, ich habe diesen Film damals zum ersten Mal gesehen und war so, what the fuck? Wie schnell kann dieser Film sein? Der Produzent hat geantwortet, ja. Das ist so, alter, die gehen zur Weltmeisterschaft, zur Quidditch-Weltmeisterschaft, sind da, bam, Spiel zu Ende, bam, Hogwarts-Express, bam, Hogwarts, bam. Plötzlich sind da zwei andere Schulen, man denkt sich nur so, what the fuck? Wo kommen die denn her? Alter, das könnte man in so einer Serie, glaube ich, viel cooler gestalten. Aber vielleicht mache ich mir auch hier wieder nur Illusionen, weil ich immer an die Bücher denke. Aber man kann vielleicht die Bücher einfach gar nicht so gut in einem Film, in einer Verfilmung darstellen, wie sie sind. Vielleicht sollte ich mir diese Illusionen auch hinsichtlich dieses Aspektes nehmen, der Gefühle und der Figurennähe sozusagen. Aber meine Hoffnung besteht trotzdem, dass man das irgendwie machen könnte. Ich finde tatsächlich zum Beispiel der dritte Film, der hat das schon gezeigt, dass das irgendwie geht, weil das ist ein absoluter Liedlingsfilm, unabhängig von der Story, einfach nur als Film gesehen, weil der nicht nur mehr auf die Individualität von den Figuren achtet, also zum Beispiel, dass nicht mehr alle die gleiche Schuluniform tragen, sondern jeder einfach eine eigene Garderobe hat, die auch schon wieder so ein bisschen den Charakter widerspiegelt. Dass Harry zum Beispiel auch verstrubbelte Haare hat, wie es halt immer im Buch hieß und so weiter und so weiter, sondern auch so die Übergänge von den Jahreszeiten zum Beispiel zeigt. Dass man dann einfach mal ein Schnittbild hat, wo die peitschende Weide ein Blatt verliert, weil jetzt Herbst wird und das Blatt segelt so langsam zu Boden und landet dann leicht auf dem Boden oder sie schüttelt sich, als der Winter kommt und der Schnee spritzt in alle Richtungen, landet so an der Kameralinse und tropft so langsam herab oder dass Lupin und Harry gehen durch den Wald und unterhalten sich über Angst, über Dementoren, über Ängste, die sich keiner vorstellen kann oder stehen auf der Brücke und unterhalten sich darüber, wie viel Harry doch von seinen Eltern hat. Solche Momente behalte ich mir im Kopf. Solche Momente sind wichtig und solchen Momente hat sich der dritte Teil getraut. Sie hätten mehr und auch länger sein dürfen, aber der dritte Film, der hat gezeigt, dass das cool ist und dass das wichtig ist und ich würde mich so freuen, wenn das einfach in dieser kommenden Serie auch ein bisschen mehr angegangen wird und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Vielen Dank.